Alter, was machst du hier? Ich produziere Scheiße. Denn das kommt auf YouTube gerade gut an. Ja, dann mach weiter deine Scheiße. Ich gehe jetzt was ordentliches produzieren. Tö. Ich möchte hochwertigen Content produzieren. Keinen Scheiß. Doch was mache ich jetzt nur? Mir fällt echt gar nichts ein. Ich meine, ein Faktenvideo könnte ich machen. Doch wovon soll ich ein Faktenvideo machen? Mach doch einfach über dich selbst Fakten. Genau, das mache ich jetzt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Faktenvideo. Heute soll es mal um mich gehen. Und meine werden es jetzt bestimmt wohnen. Jetzt hast du jetzt andere Haare. Denn vorher hast du neue Haare. Und ja, das wird im Laufe des Videos switchen. Denn ich habe das Video zu produzieren begonnen. Bevor ich zum Friseur gegangen bin. Bin ich fertig geworden. Haben wir die Haare gefärbt. Und produziere es jetzt natürlich fertig. Und ja, dann starten wir mal mit dem ersten Fakt. Und zwar ist es so, dass ich unter der Dusche gerne singe. Okay, es ist jetzt nicht genial, wie ich singe. Aber ich mache es gerne. Fakt Nummer 2 ist, dass ich der wahrscheinlich faulste YouTuber auf ganz YouTube bin. Wolltest du nicht ein Video heute machen? Du hast schon gestern gesagt, das mache ich. Äh, ja, das wollte ich heute machen. Aber irgendwie bin ich da zu faul heute. Ich mache das morgen. Eine Ewigkeit später. Äh, was schaue ich denn heute schon jetzt? Ich habe voll Lust auf einen Film. Aber was für einen Film schaue ich denn jetzt? Ich könnte The Walking Dead schauen. Wolltest du nicht heute dein Video machen? Äh, ja, ähm, das mit dem Video, das ist so eine Sache. Das mache ich heute noch, aber später, ne? Ja, dann mache es doch endlich, Mann. Also eigentlich hätte ich heute Zeit. Ich könnte heute echt mal wieder ein Video machen, ne? Hm, wer ruft mich denn jetzt an? Ja. Ah, ja, ähm, ich bin zu Hause. Wieso? Ja, natürlich hätte ich Zeit. Alles kein Problem. Okay, ich glaube, das Video muss bis morgen warten. Drei Tage später. Puh, jetzt habe ich schon wieder eine Woche kein Video mehr gemacht. Aber ich könnte ja sagen, ich musste arbeiten und hatte deshalb keine Zeit. Genau das mache ich. Die Leute, die können das ja nicht nachvollziehen. Das mache ich jetzt. Ja, so ungefähr läuft es bei mir ab, wenn ich ein Video machen möchte. Das dauert immer ewig. Und ja, definitiv bin ich einer der faulsten YouTuber, die es gibt. Ein weiterer Fakt ist, dass ich leidenschaftlicher Elektrodampfer bin. Und jetzt sagt mir nicht, dass es ungesünder ist als Rauchen. Es ist nicht gesund, aber nicht ungesünder als Rauchen. Deshalb speak with my hands. Des Weiteren bin ich ein riesengroßer Harry Potter Fan, wie man auch in meinen Potter Fakten sehen kann. In der Info oben ist ein Video verlinkt. Wenn es euch interessiert, nur so kleine Info. Ich hatte 122 Kilogramm vor ca. 1,5-2 Jahren. Und habe das jetzt alles abgenommen. Also ich bin ehrlich gesagt, auch wenn ich noch nicht sehr dünn bin, ich bin mega stolz auf meine Figur. Und das ist auch ein Fakt, der unbedingt rein muss. Ja, was soll ich noch sagen? Mehr gibt es eigentlich für das Erste gar nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich hier. Fragen könnt ihr mir unten in den Kommentaren stellen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao! Hast du jetzt mich vom Gesicht her drauf? Echt jetzt? Ja. Geht's? Lauf schon? Ja. Nein, passt. Nein, jetzt hast du ja auch passt gesagt, du Zipfelder.